Schau, der Mond da oben, schön. Schau, der Mond da oben, schön. Ja, und hier tun sie immer so Goldblättchen, Blattgold hinkleben. Wünschen sich was, oder wenn man Schmerzen hat im Knie, dann klebt man es halt aufs Knie und hofft und betet, dass die Schmerzen weggehen. Und hier schütteln sie so was raus. Hast du gehört, dass wegen Knie Schmerzen. Ja, und hier, da schütteln sie dann, wenn eine Nummer rausfällt, zieht sie da rechts die Nummer und da steht dann die Vorhersagung. Ach. Nee, das ist alles Kunst. Schaut aber gut aus, gell? Das sind, wie sagt man, Seros. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, die eine hat es ja danach aufgegeben. Hey, super. Willst du auch schütteln? Oh, wow. Gut. Gilt das auch? Es gilt, ja, ja. 25. Und, bist du zufrieden? Ich weiß nicht. Und, bist du zufrieden? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist schwierig, die Übersetzung. Ja, die Übersetzung da ist. Die Naherkunstblumen da hinten, ne? Das Bunte da. Aber die schauen gut aus, wirklich. Nur mal überlegen da. Und, bis jetzt. Mal überlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sind wir heute früh vorbeigefahren. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Gib mir 5! Yeah!